Wie darf er mitnehmen? Wie soll er mitnehmen? Es geht nicht darum, ich kann es nicht darum machen. Beine. Beine hat. Beine hat. Beine hat. Das ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Selbst du bist große Fels, sollte sie nicht. Sag wieder so, ich fände es jetzt nicht mal gut. Klar. Die Alarm. Ja, gute Dank. Wir wissen es auch alle, aber ich sage es trotzdem, weil ich so gerne sage, die riesige Ergebnis wäre, Deutschland qualifiziert für die WM. Und die Elf von Residding, Residding, Residding. Boah, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und dann komme ich. 2005 Uefa Cup-Sieger, Vizipis Karposkow, das war der 1. Zielgericht. Das ist für links, Bruder. Jetzt kommt der Ball. Jetzt kommt der Ball. Das ist der Mann gegen Karposkarr. Dich, Dich. Das ist nicht so. In die Pause auf der hervorragenden Aktion auf den Adler in der Mitte der zweiten, der ersten Hälfte. Mit diesem Ergebnis wäre Deutschland nicht in Afrika. In Moskau. Fußball live im ZDF. Das war die erste Halbzeit mit der deutschen Nationalwirtschaft. Entschuldigung, aber den haben wir reserviert. Das All-Inclusive-Paket. Endlich wieder rufbar. Jetzt für viele Volkswagen-Modelle. Mehr Infos unter Volkswagen.de. Volkswagen. Das Auto.